Was hast du gestern zu Abend gegessen? In der TCM Ernährung reden wir sehr häufig über das Frühstück, über das gekochte Frühstück, das eine von den wesentlichen Säulen der TCM Ernährung ist. Aber wir sprechen selten über das Abendessen und deswegen wollte ich das heute mal nachholen. Wie schaut eigentlich das perfekte Abendessen aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin aus? Und dazu möchte ich dir einfach drei Punkte mitgeben, die du beachten kannst, wenn du möchtest. Der erste Punkt ist, iss ein frühes Abendessen. Das hängt mit der Organuhr nach TCM zusammen, nach der Milz und Magen, die für die Verdauung zuständig sind in der TCM, am Abend ihre energetische Tiefzeit haben. Und deswegen brennt das Verdauungsfeuer am Abend nicht mehr so gut, wie in der Früh zum Beispiel oder zum Mittag und wir sollten am Abend eher früh essen. Je später, desto schwerer können wir das Abendessen verdauen, desto eher bleibt es dann über Nacht liegen und es bildet sich die sogenannte pathogene Feuchtigkeit oder Schleim, die für all möglichen Beschwerden sorgt. Unter anderem für einen unruhigeren Schlaf und für Verdauungsprobleme. Frühes Abendessen, was bedeutet das genau? Ungefähr um 19 Uhr herum Abendessen wäre super, aber wenn es um halb acht ist oder acht ist, ist es auch okay. Schau einfach für dich selber von deinem Rhythmus her, auch wann gehst du schlafen und so, dass du nicht knapp vor dem Essen noch isst. Und ja, was dann oft natürlich ist, ist, dass wir gewohnt sind, nach dem Abendessen noch Snacks zu essen, vor dem Fernseher oder beim Lesen. Und da wäre es natürlich günstig, auch hier wirklich nichts mehr zu essen danach, sondern deiner Verdauung wirklich diese Pause zu gönnen von ungefähr zwölf Stunden oder ein bisschen mehr oder weniger, in denen du wirklich gar nichts isst über Nacht. Das wäre aus Sicht der TCM ideal. Also ungefähr vor halb acht Abendessen, je nachdem. Dann, der zweite Punkt ist, dein Abendessen sollte gekocht sein. Rohkost ist nach TCM einfach schwerer bekömmlich als gekochtes Essen. Und da das Verdauungsfeuer eh schon am Abend, wie gerade besprochen, schon schwächer ist, können wir die Rohkost am Abend schwerer verdauen als zum Beispiel zum Mittag. Das heißt, wenn du gerne Salat isst, wenn du gerne Rohkost isst, wenn du gerne rohes Obst auch isst, dann isst es besser am Vormittag zum Mittag oder am frühen Nachmittag, aber nicht mehr am Abend. Es wirkt sehr abkühlend nach TCM und auch eher befeuchtend und damit schwer bekömmlich. Rohkost ist in der TCM nicht verboten. Allerdings sollte der gekochte Anteil in der Überzahl sein von deinen Mahlzeiten her. Und eben, wenn Rohkost, dann bitte eher zum Mittag als Beilagensalat zum Beispiel. Der dritte Tipp für das perfekte Abendessen ist, isst etwas gut bekömmliches. Ein gut bekömmliches, eher leichtes Abendessen. Und was bedeutet das jetzt, magst du dich fragen? Das ist natürlich Auslegungssache. Also manche meinen vielleicht, dass Rohkost auch leicht bekömmlich ist, aber nach TCM ist es eben was Gekochtes. Und es gibt einen Spruch vom Georg Weidinger, einem bekannten TCM-Arzt und Autor, der sagt, je später das Abendessen, desto suppiger sollte es sein, desto mehr wie eine Suppe. Weil unser Magen alles in eine kochende Suppe verwandeln muss, was wir essen. Das kannst du dir vorstellen wie einen Kochtopf in deinem Bauch. Da drinnen brodelt die Suppe, muss immer am Dampfen und am Köcheln sein. Und wenn wir suppig essen, dann hat unsere Verdauung nicht mehr so viel zu tun, wie wenn wir was Trockenes oder Rohes essen. Und ja, ich möchte dir einfach ein paar Beispiele von mir mitgeben. Vorab noch vielleicht, was nicht als gut bekömmlich gilt, sind eben Brotmahlzeiten. Brotmahlzeiten, Rohkost und alles, was sehr üppig ist, wie zum Beispiel noch Lasagne am Abend, Schnitzel oder Pommes, Burger, ein Steak. Also all die Sachen können auch eher nach TCM, wenn wir sie schon essen, dann eher zum Mittag. Da können wir die Sachen einfach noch viel besser verdauen als am Abend. Also Beispiele von mir. Ich mache mir gerne größere Portionen, wenn ich Reis oder Kartoffeln koche oder anderes Getreide wie Polenta oder Hirse. Und diese esse ich dann die nächsten Tage. Als Abendessen zum Beispiel mit einem schnellen Gemüse wie ein paar Champignons im Olivenöl anbraten. Dazu den Reis, die Reisreste geben. Und dann noch frische Kräuter dazu, wenn ich welche zu Hause habe. Wenn ich dann getrocknete Kräuter oder beides. Vielleicht ein paar Cashewkerne dazu anbraten. Dasselbe mit Kartoffeln. Ein, zwei Spiegeleier machen, die Kartoffeln dazu anbraten und ein fertiges Essen ist da. Also versuche wirklich einfach zu denken. Es geht nicht darum, dass du dich am Abend noch hinstellen musst, außer du hast Lust dazu. Und was kochst wirklich oder was Kompliziertes kochst, sondern es soll schnell gehen. Und da ist es eben super, wenn man ein bisschen Vorräte zu Hause hat. Und wenn man immer ein bisschen mehr kocht. Zum Beispiel auch wenn du Gemüse kochst, wenn du gekochte Karotten machst, dann schau, dass du gleich einen größeren Topf machst. Dann freust du dich dann die nächsten Tage am Abend, wenn noch Reste da sind. Und diese Karotten kannst du dann schnell eben mit ein paar Sonnenblumenkernen, mit ein bisschen Feta, mit ein bisschen Fisch aus der Dose oder was auch immer, wirklich zu einem schnellen Essen machen. Und es ist viel wertvoller, viel besser bekömmlich, viel Chi-reicher als jetzt ein Käsebrot oder ähnliches. Gut, das waren die Tipps. Ich hoffe, du kannst davon etwas für dich mitnehmen. Viel mehr Tipps findest du auf meinem Blog. Und natürlich, wenn du tiefer eintauchen willst in die TCM Ernährung und deine typgerechte Ernährung finden willst, freue ich mich immer sehr, dich im Trust Your Body, meinem Online-Programm, das drei Monate dauert, begrüßen zu dürfen. Ich teile den Link und dort findest du alle Infos. Bis bald.